Verdammt Schule, was tust du mir an? Du bringst mir bei, ich sei nicht genug. Ich bin müde, weil mein Gehirn nicht schlafen darf. Für die 1-2 im Abi gab es viel Anerkennung. Doch der exzellente Notendurchschnitt hatte seinen Preis. Ich möchte nicht erzählen, was mich das an Stress, Angst, Panik und Zusammenbrüchen gekostet hat. Uns wird vermittelt, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir gute Noten haben. In der Schule lerne ich zu funktionieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und eben konntet ihr meine Kolleginnen und Kollegen hören. Sie haben Stellen aus ganz besonderen Briefen vorgelesen, denn diese Briefe haben Schülerinnen und Schüler des Reklamgymnasiums geschrieben und öffentlich vorgetragen als Protestaktion. Und um darauf aufmerksam zu machen, wie es ihnen gerade mit dem aktuellen Schulsystem geht. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Meine Kollegen Marc Daniel und Matthias Wöpking haben sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Und wir klären die Frage, wie Schülerinnen und Schüler in Zukunft lernen werden und vor allem, welche Probleme dafür gelöst werden müssen. Eines der großen Probleme, die das sächsische Schulsystem hat, ist der Lehrermangel, was ja deutschlandweit ja auch ein großes Problem ist. Hier in Sachsen sollten eigentlich für dieses Schuljahr 1500 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden, aber es wurden nur 1024 eingestellt. Welche Konsequenzen hat das, Matthias? Ja, also das sind jetzt die Zahlen vom Kultusministerium, vom Minister Christian Piwarz. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer genau fehlen, da unterscheiden sich die Interpretationen eigentlich sogar. Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen, also die Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer, die sagt, dass sogar 3000 Stellen geschaffen werden müssten, um den Lehrplan zu erfüllen in jeder Schule. Und Nancy Hochstein, die Vorsitzende des Neipziger Kreiselternrats, hat diese Woche in der FOZ gesagt, dass keine Oberschule in der Stadt so viele Lehrerinnen und Lehrer hat, wie sie bräuchte. Und auch Piwarz hat vor Beginn des Schuljahres gesagt, dass es also auf jeden Fall ein herausforderndes Jahr wird, eben wegen dieses Lehrermangels. Ja, in der Konsequenz ist die Personaldecke auf jeden Fall so dünn, dass es dann spätestens dann zu großen Problemen führt, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer für längere Zeit ausfällt. Dann wird irgendwie überbrückt und geflickt. Und eigentlich wäre ja, oder ist für Kinder ja so eine Verlässlichkeit und so ein bisschen Kontinuität auch sehr wichtig für einen Lernerfolg. Und abgesehen davon, dass vielleicht dann nicht immer der Stoff so ganz geschafft wird, habe ich den Eindruck, dass das eben auch aufgrund dieser dünnen Personaldecke den Lehrerinnen und Lehrern auf die Zeit fehlt, sich mit Sachen zu befassen, die vielleicht nicht ausdrücklich im Lehrplan stehen, oder vielleicht auch nicht so prüfungsrelevant sind, aber trotzdem eine große Bedeutung haben. Also mit zwischenmenschlichen Problemen, Problemen, die halt in so einem Heranwachsenden immer mal wieder auftauchen, in der Pubertät und so weiter oder im Klassenverbund. Oder auch, es wird ja jetzt immer viel gefordert, dass die Schule digitaler werden soll. Und da gibt es ja auch große Anstrengungen, auch finanzieller Art. Aber die Lehrer bräuchten eigentlich auch mal den Raum und die Zeit, sich zu überlegen, was sie da didaktisch und methodisch überhaupt anstellen wollen mit der digitalen Technik. Weil es geht ja eigentlich nicht nur darum, den Unterricht jetzt halt per Video zu machen, sondern das erfordert ja andere Methoden auch. Aber da sagen eigentlich viele Lehrerinnen und Lehrer, dass sie gar nicht die Muße haben, weil sie eben von Stoff zur Klassenarbeit, zu irgendwie darf, ist es sehr vertretungslehrerkrank oder so hecheln, um da mal wirklich sich zu überlegen, wie setzen sie da diese Digitalisierung an der Schule, im Unterricht auch wirklich sinnvoll um. Du sprichst es jetzt schon an, schon nächstes Problem. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Welche Probleme gibt es noch im Schulsystem, in der Schule, an Schulen hier in Leipzig, in Sachsen? Und vor allem jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, welche Probleme sind dadurch aufgefallen und welche Herausforderungen tun sich jetzt nochmal auf? Ja, Corona hat ja ganz, ganz viele Unwägbarkeiten und damit werden die Schulen dann wieder konfrontiert sein. Dann ist die Frage, gibt es wieder, also aktuell ist ja die Regelung keine Tests, keine Masken tragen, dann weiß man wieder nicht, was passieren wird. Wird das wieder alles rückgängig gemacht, müssen Masken getragen werden und bis zum Worst Case, das wäre dann Digitalunterricht wieder. Und da gibt es ja Schulen, die das meistern und Schülerinnen und Schüler und andere, wo das eine Katastrophe ist. Das hängt natürlich auch immer vom Lerntyp ab oder vom sozialen Typ. Kann ich das gut zu Hause oder setze ich lieber in der Klasse? Also das wird schon noch ein großes Fragezeichen sein und sehr spannend werden. Ich hoffe, es wird gar nicht spannend. Ich hoffe auf, wir hatten ja das Interview mit diesem Infektiologen aus Leipzig, dem renommierten mit dem Christoph Lübert und der sagte, wenn wir durch den Winter gekommen sind, ist der Alltag zurück, also langfristig, hat er ja so ein kleines Trostpflaster auferlegt. Und darauf hoffe ich sehr. Aber ja, es gibt da noch ganz viele Fragezeichen natürlich. Und wenn jetzt von Corona und den Lehren für die Schule die Rede ist, dann kommt man oft auf die vielerorts noch mangelnde Digitalisierung zu sprechen. Aber mein Eindruck jetzt eigentlich aus jüngster Zeit ist, dass viele Schülerinnen und Schüler durch Corona eigentlich eher eine andere Erkenntnis gemacht haben. Und zwar, wie sehr das Stoff eigentlich im Vordergrund steht. Also es wurde natürlich viel erstmal verpasst oder das war jetzt dann, als dann wieder die Schule angefangen hat, jeweils nach den Schulschließungen, stand halt offensichtlich viel im Vordergrund jetzt den ganzen Stoff nachzuholen, Noten einzusammeln, die dann auch eben gebraucht werden, um Zeugnisnoten daraus zu machen, also Klassenarbeiten zu schreiben. Und ja, da haben wohl manche Schülerinnen und Schüler plötzlich, die vielleicht davor auch schon im Stress waren, also vor Corona und da aber irgendwie das noch so im Hamsterrad quasi funktioniert haben, dann doch wohl die plötzlich den Gedanken gehabt, ja, warum fragt uns eigentlich keiner, wie es uns geht? Und warum müssen wir jetzt hier in dieser Mühle da irgendwelche Sachen lernen, die vielleicht mit unserem Leben gar nicht so viel zu tun haben? Ja, und da kam es ja in der letzten Ferienwoche zu einer berührenden Aktion eigentlich in Leipzig von Schülerinnen und Schülern eines Gymnasiums, das glaube ich, ja, vielen auch nahegegangen ist und auch einiges gezeigt hat. Das haben wir ja auch eingangs eingespielt, das waren die Zitate aus den Briefen von dieser Aktion von den Schülerinnen und Schülern. Das hat ja auch bei uns in der Redaktion, glaube ich, so ein bisschen, hat uns, das kann man ja sagen, auch zum Teil überrascht, was da so rüberkam, sodass er dann, das war an dem Montag diese Aktion, da war Marc ja. Ja, das hat auch zu gegenteiligen Reaktionen geführt, also auch innerhalb der Redaktion haben manche gesagt, die sollen sich nicht so anstellen und andere haben gesagt, nein, nein, das ist absolut nachvollziehbar, aber da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, ja. Und das hat eben auch zu so einer Diskussion oder zu der Entscheidung geführt, ja, das müssen wir jetzt nochmal etwas größer thematisieren. Haben wir dann auch quasi kurz vor dem Wiederbeginn der Schule gemacht. Und, ja, da hatte ich mit, unter anderem mit der Margret Raasfeld telefoniert, das ist eine pensionierte Lehrerin, die da so ein bisschen, glaube ich, auch als Ideengeberin im Hintergrund stand. Und die sagt eben, oder die schließt aus diesen Briefen oder auch aus anderen Gesprächen, die sie mit Schülerinnen und Schülern schon längst vorher geführt hat, dass unser Schulsystem, und du hattest ja gerade gefragt, was da vielleicht noch im Argen liegt, und das trifft natürlich jetzt nicht nur auf Sachsen zu, sondern wahrscheinlich auch auf ganz Deutschland, eben zu sehr, sagt diese Frau Raasfeld, darauf trimmt, ja, Anforderungen zu erfüllen, und Angst vor Fehlern zu haben und dass da eigentlich so ein bisschen das kreative Denken oder auch so das einfach mal ausprobieren auf der Strecke bleibt. Und das ist vielleicht auch etwas, was für mich jetzt dann aus dieser ganzen Aktion an neuer Erkenntnis übrig geblieben ist, ja, dass da eben der Freiraum für viele Schülerinnen und Schüler fehlt, auch irgendwie mal einfach sich auszutoben in irgendwelchen Aktionen. Matthias, du hast es eben gerade schon angesprochen mit den Protesten, mit dieser Aktion von den Schülerinnen und Schülern des Reklam-Gymnasiums. Marc, du warst dort vor Ort. Wie war denn das? Wie war dein Eindruck? Was war vielleicht auch so das Erschütterndste, was du von den Schülerinnen und Schülern gehört hast? Ja, der Termin war für mich sehr beeindruckend. Vorher hatte ich das nicht so konkret vor Augen, über was die alles sprechen wollen. Und das war auch für mich ein Erkenntnisgewinn. Also erstmal ging es ganz viel um Angst, um Stress, um Überforderung, um dieses sogenannte Bulimie-Lernen. Also wenn man sich was Stoff in den Kopf prügelt und danach wieder ausspeit sozusagen, also auch nicht speichert, was natürlich auch eine schlechte Form des Lernens ist. Da haben die viel drüber gesprochen. Und was mich wirklich bewegt hat, waren Aussagen über Angst. Also da standen auch so Schrifttafeln, wo Schülerinnen oder Schüler das genauer beschrieben haben. Und einer hat halt geschrieben, ich habe Angst, dass ich die Schule nicht schaffe. Ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin. Natürlich kann man das und sollte man das nicht pauschalisieren. Aber es wird noch genug Kinder und Jugendliche geben, die nicht so gestresst sind. Aber insgesamt so in dieser Fülle und auch mit den Argumenten hatte ich schon das Gefühl, ja, die leiden alle unter diesem Leistungsdruck und dieser, ja, der Maximierung von Leistungen, dass da alles abverlangt wird und das, glaube ich, war auch nicht aus der Luft gegriffen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, Nicole, stell dir vor, du machst Abi und hast eine Aufgabe in dem Aufgabenkreis und merkst, das habe ich aber gar nicht durchgenommen in der Schule. Das ist doch ein Albtraum. Und das passiert nicht selten in Sachsen, wegen Lehrermangels eben zum Beispiel. Wir hatten es ja gar nicht beabsichtigt, da die Lehrerinnen und Lehrer anzugreifen, aber es ist offensichtlich von manchen so aufgefasst worden. Wir haben da zumindest Post bekommen. Und deswegen, ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer, also das ist so, wie es immer war, wie es auch zu unserer Zeit schon war, es gibt Gute und Schlechte und natürlich, es gibt auf jeden Fall auch jetzt sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die da jetzt nicht nur stupide den Stoff auswendig lernen lassen wollen, damit die da eigentlich auch dieses Bulimielernen vermeiden wollen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben die nämlich auch gesagt vom Reklamgymnasium, das kapriziert sich nicht auf Schülerinnen und Schüler, sondern wirklich auch auf das Lehrpersonal. Da war auch eine Lehrerin dabei, die hat gesagt, das ist so zu stupide und nicht zeitgemäß. Auch wir wollen, dass sich was ändert. Wir wollen lebendiger mit den zu Unterrichtenden das machen. Und sie waren damit auch unglücklich. Und deswegen, ja, wir haben da Post bekommen von einem Lehrer, der auch sich verteidigt hat im Namen der Kolleginnen und Kollegen und gesagt hat, dass die Lehrer doch gar nichts dazu können. Und das war aber auch gar nicht gemeint, weder von der Frau Rassfeld, die auch bei dem Termin anwesend war, noch bei den Schülerinnen und Schülern. Das war wirklich gegen das, in Anführungszeichen, System gemützt unbedingt, ist wichtig zu sagen. Zumal, also das ist wirklich auch schwierig zu fassen. Offenbar ist es ja auch nicht mal, jetzt muss auch das Kultusministerium sogar zumindest programmatisch, glaube ich, in Schutz nehmen. Sogar die Frau Rassfeld lobt eigentlich die Lehrpläne, die aus dem Kultusministerium kommen. Nur irgendwo scheint auf dem Weg zwischen Theorie und Praxis was schief zu gehen. Und mein Eindruck ist, dass auch die Fachleute nicht so ganz genau wissen, wo da was schief geht. Ich hatte auch noch mit einer Pädagogin von der Uni Leipzig gesprochen, der Frau Professorin Maria Halitzki. Und die nimmt nur an, dass einfach auch die Lehrerinnen und Lehrer eben, dass da so viele Erwartungen im Raum stehen. Also einerseits von den Schülerinnen und Schülern, andererseits von den Eltern, dann von den Unis, wo dann halt die Kriminalisten zumindest später hinkommen oder von den Arbeitgebern, von den Ausbildungsstätten, wo dann auch Schüler dann später hinkommen. Dass sie natürlich jetzt auch nicht irgendwas, was im Lehrplan als Stoff steht, halt einfach weglassen wollen. Oder sie wollen ja natürlich auch ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Leben nach der Schule vorbereiten und halt nichts falsch machen. Also es ist sicherlich auch, nicht nur, aber auch wegen des Lehrermangels, einfach wirklich sehr schwierig. Auf der Seite, klar. Ja, es scheint ein Teufelskreis zu sein. Wenn man sich das so alles anhört und anschaut, dass es eben Lehrermangel gibt. Dadurch müssen andere Lehrerinnen und Lehrer eben viel auffangen, abfangen und können eigentlich nicht sich kreativ auch mal austoben und sagen, naja, ich will diesen Stoff gerne auf diese Art und Weise durchnehmen. Und am Ende funktioniert das vielleicht auch einfach nicht. Also so erkläre ich mir das jetzt gerade natürlich. Aber das Verrückte ist ja, es gibt in Sachsen ein Papier, das heißt ein Projekt, das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da steht genau das drin, was unter anderem die Frau Rassfeld und auch die Schülerinnen und Schüler fordern. Nämlich alternative Formen des Lernens, die hinführen zu mehr Selbstbestimmung und Kreativität. Das heißt, auf dem Papier, das ist vor ein paar Jahren beschlossen worden, ich glaube 2017 oder so, ist das vorhanden, aber es wird nicht umgesetzt, dass das Verrückte. Und ja, das wird natürlich zurecht gefordert, dass das Beschlossene jetzt auch mal realisiert wird. Also dazu gibt es jetzt immerhin in Sachsen ein Projekt, ein Pilotprojekt oder ein Modellprojekt, das jetzt eigentlich in diesem Schuljahr so richtig losgeht. Das wurde im letzten Schuljahr schon ein bisschen versucht an einigen Schulen. Das nennt sich Friday, also Friday, also frei wie das deutsche Wort frei und day wie das englische Wort Tag. Und das ist auf vier Stunden pro Schulwoche beschränkt. In denen aber quasi die Schülerinnen und Schüler selber bestimmen oder sehr stark beeinflussen, was gemacht wird. Also irgendwie Projekte anregen, verwirklichen und wo dann auch die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich eher so zu Lernbegleitern werden. Also nicht mehr so die allwissenden Lehrer sind, die eben, ja, es gibt es falsch und richtig und die wissen, was richtig ist, sondern die dann selber irgendwie bei einem Projekt halt lernen, was da passiert. Da war ich zum Beispiel, also in Leipzig wurde das bisher an zwei Schulen im vergangenen Schuljahr schon so ein bisschen ausprobiert. Eine davon ist die Kurt-Masur-Grundschule. Und da haben Wirtklässler, ja, erstmal Plastikmüll gesammelt, mitgebracht oder irgendwo in der Natur aufgelesen. Und dann im Kunststoffzentrum, das ist so ein industrienahes Forschungszentrum in Leipzig, quasi gelernt, wie man jetzt aus diesem Kunststoff, wie man das wiederverwertet, wie man das recycelt. Und natürlich sind da die Grundschullehrerinnen auch keine Experten vorher, sondern die haben das halt auch gelernt. Und ja, davon erhoffen sich die Projektmacher zwei Sachen. Zum einen, dass die Schüler halt sich mit dem, was sie da lernt, viel stärker identifizieren, weil es ja von ihnen selber kommt und weil es auch quasi ihre eigene Zukunft so ein bisschen mitbestimmt, ob wir als Gesellschaft da es schaffen, zum Beispiel eben das Müllproblem ein Stück weit zu lösen. Und zum anderen, ja, dass sie da, ja, dass es eben kein abstrakter Stoff ist, den sie lernen sollen, sondern… Ja, total lebensnah. Genau. Da kommt dieses Wort begreifen, was ja eigentlich so auch zum Lernen dazugehört, dann auch total, wird es halt wirklich reell, indem sie irgendetwas greifen und es dann begreifen. So, das ist eigentlich ganz schön. Und im neuen Schuljahr sind es in Sachsen eben 25 Schulen, die das machen, die da mitmachen und 18 davon in Leipzig. Und die Schulbürgermeisterin Vicky Feldhaus ist da irgendwie auch Patin des Projekts. Ja, und wir wollen uns das als LFOZ natürlich, das ist noch nicht losgegangen, geht irgendwann im September los, wollen uns das auf jeden Fall auch mal anschauen in der Praxis, wie das denn dann so funktioniert, was die Schülerinnen und Schüler da für Ideen haben, was sie Projekte angehen. Wie ist es denn für euch beide, wenn ihr jetzt über solche Schulthemen schreibt, das ist ja jetzt auch ein Momentchen her, dass ihr selber in der Schule wart. Ist es schwierig, darüber zu berichten? Also für mich ist es nicht schwierig, also zuerst im ersten Blick vielleicht schon, weil das bei mir schon eine Weile her ist, aber ich habe ja eine wunderbare Brücke, nämlich meine Kinder, die sind beide Anfang 20, haben vor zwei beziehungsweise sechs Jahren Abitur gemacht. Und da konnte ich das schon ganz gut vergleichen und ja, ich war auch ein bisschen erschrocken. Also die haben wirklich gelernt, wie verrückt, hatten sehr wenig Freizeit und zwar nicht nur während der Abiturzeit, sondern auch so. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, hoffentlich sind das keine Streben, aber es war sie nicht. Das war ein Gesamtphänomen der Klassen und Kurse und ich fand das furchtbar. Also wir sind damals aus der Schule, ich habe den Tornister, hieß das bei uns, oder den Ranzen in die Ecke gefeuert und mich mit Freunden getroffen, dann abends vielleicht nochmal was gemacht. Also ich war jetzt auch nicht stinkfaul, aber es gab viel mehr Freiraum und Freiheit da schon. Aber wenn man das vergleicht, Bulimie lernen gab es auch bei uns. Das haben wir uns eingepeitscht, das geht bei manchen Sachen, ist das auch überhaupt nicht zu vermeiden und das habe ich auch natürlich alles längst wieder vergessen. Und dieses Bulimie lernen, ja, das muss man wahrscheinlich zumindest als Teil des Systems akzeptieren und tolerieren, aber vielleicht kann man es ein bisschen minimieren. Ja, also da sehe ich schon Unterschiede, aber was ich spannend fand, da geht es ja auch um Deformierung. Also man lernt, um zu funktionieren in der Gesellschaft und um seinen Platz zu finden, möglichst wenig aufmucken vielleicht. Und ich erinnere mich an die Abirede einer Mitschülerin damals, die hat das auch, die hat das anhand einer Geschichte eines Baumes erzählt. Das war eine Erzählung eines Baumes im Garten eines Bauern, der den ständig beschnitten hat, den Baum. Also die Äste sollten nicht so wachsen, sondern so. Das war natürlich eine Metapher auf das menschliche Werden. Und hinterher stand der Baum kerzengerade und Astrein hatte aber keinen Charakter. Und das war damals auch schon ein Gleichnis für dieses Funktionieren müssen. Das war ganz, da hat sich auch nichts geändert. Ja, also bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Meine Kinder sind allerdings jünger. Und ich muss zugeben, dass jetzt gerade in der letzten Woche, also diese ganzen Briefe und so weiter, die haben mich schon auch berührt. Also da ist man zum Teil auch wirklich Angst und Bange geworden eigentlich. Obwohl sich meine beiden Kinder eigentlich bislang nach meiner Wahrnehmung so ganz gut durchschlagen. Aber gerade in den Briefen ist ja auch zu lesen, dass es ja oft auch Schülerinnen und Schüler sind, denen es eigentlich ganz schlecht geht. Aber im Umfeld merkt es gar niemand, weil die eigentlich auch ganz gut funktionieren, auch gute Noten nach wie vor nach Hause bringen. Und die Eltern dann so denken, ja ist doch alles in Ordnung. Meinen Kindern geht es gut. Die haben ihre Einsen und Zweien und so. Und offensichtlich geht es denen ja gar nicht so gut. Und ja, und ich muss schon auch sagen, dass meine, also während der Lockdowns gingen meine Kinder noch in die Grundschule. Und selbst da war schon auch so ein bisschen mein Gefühl, obwohl die eigentlich auch ganz gute Lehrerinnen da hatten, dass das da, wenn dann wieder die Schule losging, schon ein ganz schöner Druck war mit ganz vielen Klassenarbeiten, wo die halt einfach, wo das prä war, da jetzt viele Noten zu sammeln, viele Stoffe noch irgendwie durchzupauken. Was ich auch verstehen kann, weil es ging ja darum, dass die dann im nächsten Jahr auf die, im nächsten Schuljahr jetzt auf die weiterführende Schule kommen. Das stimmt, da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen. Denn da gibt es Arbeiten, Klassenarbeiten, dann gibt es so Tests, dann gibt es noch so extra Projektdinger und so. Das ist so weit aufgefächert. So viel hatten wir früher einfach nicht. Wir hatten natürlich auch anspruchsvolle Arbeiten, aber wir hatten das nicht in so einem Wahnsinnsrhythmus und Tempo. Und ich dachte schon auch oft, es ging doch jetzt allen so. Und die ganze Gesellschaft muss jetzt quasi die Zeit nachholen. Da kann man sich da auch ein bisschen eigentlich Zeit lassen und es ein bisschen entspannter angehen. Man muss da nicht so viel Druck ausüben auf die Kinder. Ja, aber es liegt ja auch daran, dass wir zwölf Schuljahre haben und nicht 13. Ich hatte 13. Ja, ich auch. Du auch, ja. Ich auch. Kurz nach dem Krieg war das übrigens. Über unseren Instagram-Kanal lvz.de haben wir euch auch gefragt, wie denn eure Erfahrungen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Erfahrungen der Kinder sind. Und ich habe mal ein bisschen was rausgesucht und werde das mal jetzt kurz erzählen. Einmal hier eine Userin hat geschrieben, dass es zu große Klassen gibt, alles nur Theorie, Bulimie lernen, hier ist wieder das Wort, fehlender praktischer Bezug zur Realität. Dieser Kommentar nach der Homeschooling-Zeit wurde einfach weiter gepeitscht, als wäre nichts gewesen. Mangelnde Vorbereitung auf die eigentlichen Herausforderungen im Leben sind hier nochmal ein Problem von einem User, einer Userin. Zu viel Druck, das System an sich, weltfremde Vorgaben vom Ministerium für die Benotung. Also es summiert sich, die Probleme. Ich habe jetzt echt ganz schön viel vorgelesen und da war noch mehr in unserem Briefkasten quasi, in unserem digitalen Briefkasten. Was denkt ihr, woher rührt der Stress? Denn wenn wir ja davon berichten, wie es in unseren Schulzeiten war, dann hatten wir ähnliche Probleme, aber wir hatten ja nicht die gleichen Voraussetzungen wie heute. Ich habe das ja in einem Kommentar da zum Thema geschrieben. Man kann das jetzt aus zwei Sichten sehen. Man kann sagen, das sind Schülerinnen und Schüler, die haben einfach keine Stressresistenz. Das hat sich verändert, weil es auch Helikoptereltern gibt, die die überbeschützen. Das mag in manchen Aspekten oder Punkten stimmen. In diesen schulischen, würde ich sagen, stimmt das nicht. Natürlich, denn wenn man sich das heute mal anschaut, es gibt, also das Leben ist ein einziges Update. Man ist ständig in Messengern, in irgendwelchen Foren, man ist in den atemlosen sozialen Medien, die ja auch Platz bieten für Mobbing und für diese Kommunikation oder das Kommunizieren von Makellosigkeit und so. Man ist also ständig irgendwelchen Reizen und Anforderungen ausgesetzt und dann, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen, erleben die Kinder ja auch teilweise an ihren Eltern, was passiert, wie es denen geht. Die haben teilweise Burnout, sind überfordert, werden aggressiv, weil sie überfordert sind und so. Und dann entsteht natürlich der Wunsch, so möchte ich nicht leben. Und da habe ich auch geschrieben, es ist kein Wunder, das wird auch viel diskutiert und wird auch darüber gelästert, ein bisschen über den Wunsch nach Work-Life-Balance. Die Kinder sind, glaube ich, heute extrem gestresst und die wollen da raus. Deswegen kann ich diesen Wunsch oft verstehen oder ich kann ihn verstehen. Hinzu kommt ja noch diese leider ja auch sehr berechtigte Zukunftsangst, was jetzt den Klimawandel anbetrifft. Warum soll ich mich hier verrückt machen oder dem Leistungsstand halten, wenn die Welt morgen untergeht? Ich hätte mal zugespitzt gesagt, dann kommt der Krieg, dann kommen Kosten und die junge Generation muss das wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, die muss das alles ausbaden, was die Regierungen da gerade machen. Und da hätte ich jetzt auch Schwierigkeit, positiv ins Leben zu schauen oder unbeschwert, sagen wir mal. Gibt es denn irgendwelche Vorstellungen von den Schülerinnen und Schülern, die jetzt, also jetzt speziell vom Reklamgymnasium, die eben diese Aktionen gemacht haben, wie es denn besser werden könnte? Haben die vielleicht sogar einen Lösungsansatz? Ja, die haben ganz klare Vorstellungen. Also mehr Personal scheint gerade völlig utopisch, aber natürlich möchten die mehr Personal, sie möchten zumindest weniger Bulimie lernen. Sie möchten, dass dieses Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung umgesetzt wird, mehr Selbstbestimmtheit, also mehr Ermutigung zu selbstbestimmten Handeln und Denken. Und dann möchten sie gerne, dass ein sogenanntes Reallabor eingerichtet wird. Das soll ein Raum im innerstädtischen Bereich Leipzig sein, wo man sich austauschen kann, sprechen kann, Ideen entwickeln kann oder seinem Ärger Luft machen kann. Und das gilt ausdrücklich nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte und Eltern. Also es soll ein gemeinsamer Raum sein, wo dieses Druckgefühl nicht sein darf, also ausgesperrt ist und wo man dann mal offen über Sachen reden und die weiterentwickeln kann. Es gibt ja auch ein Problem in der Schule, was weiter existiert, nämlich in der Lehre, in der Ausbildung oder im Beruf. Das Prinzip, wer den Mund hält und brav ist, der kommt am besten weiter. Und da habe ich auch letzte Woche mit einem Lehrer vom Schiller-Gymnasium gesprochen, der hat das auch genauso benannt, ein ganz progressiv denkender Lehrer Mitte 50 und hochmotiviert. Und der sagt, ich möchte nicht solche Schülerinnen und Schüler haben, dass die so durchs Leben gehen. Die sollen mündig sein und nicht im Mainstream schwimmen, dann wird unsere Zukunft auch vergeigt, wenn die Leute so ticken. Das fand ich super, das finde ich auch sehr wichtig. Matthias, du hast auch mit Frau Halitzki über Kopfnoten gesprochen. Das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiges Thema in dieser ganzen Debatte. Noten generell auch. Was sagt sie denn zu den Kopfnoten? Also generell, jetzt vielleicht bevor wir nochmal über Kopfnoten reden, weil es das so gut zu dem passt, was Marc auch aus Schülersicht geschildert hat, ist die Frau Halitzki, wenn ich sie richtig verstehe, der Meinung, dass die Schule eigentlich mehr aufs Lernen und weniger aufs Prüfen fokussieren sollte. Also sie sagt eigentlich, dass Noten, nicht nur die Kopfnoten, sondern auch die Fachnoten aus pädagogischer Sicht eher hindern als nützen. Und blädiert dann zum Beispiel auch dafür, dass man die normalen Noten so spät wie möglich einführt. Also um jetzt nicht falsch verstanden zu werden oder um sie nicht falsch zu verstehen, also sie erkennt schon an, dass Noten auch einen Sinn ergeben, weil Schule nun mal die gesellschaftliche Funktion erfüllt, junge Menschen für verschiedene Ausbildungen und Berufswege zu selektieren. Aber sie erfüllen eigentlich nicht den Sinn, jetzt die Kinder zum Lernen, zu motivieren. Oder dass sie, sie bewegen jetzt auch nicht unbedingt die Kinder dazu, dass sie was leisten wollen, sondern das ist eigentlich was zutiefst Menschliches. Und ich finde, man muss eigentlich nur auf sich selber gucken, um zu wissen, dass da sehr viel dran ist. Weil jetzt so ein Feierabend, wenn man da das Gefühl hat, dass man heute was Neues gelernt hat oder was Neues erfahren hat, oder dass man irgendwie einen schönen Text, einen guten Text gemacht hat, ist ja eigentlich auch tatsächlich viel befriedigender, als wenn es jetzt ein Arbeitstag war, der halt einfach irgendwie so vorbeigegangen ist, wenn man gar nicht mal so genau weiß, was da so passiert ist oder so. Und ich denke also, dass da die intrinsische Motivation bei jungen Menschen sehr groß ist, und das sagt natürlich Frau Halitzki, und dass das eigentlich von diesem Leistungsdruck vielleicht zum Teil auch eher bestickt wird, wenn man dann eben nur für die Note lernt und gar nicht mehr so genau weiß, warum. Und was die Kopfnoten anbetrifft, ja, da sagt sie ganz klar eigentlich, dass die jetzt aus pädagogischer Sicht überhaupt nichts bringen. Also, dass sie nicht motivieren, höchstens wenn sie gut ausfallen, und dass sie eigentlich auch nicht wirklich disziplinieren. Zum einen denke ich mir, weil die Kopfnoten dann am Schuljahresende oder im Halbjahreszeugnis vielleicht sowieso nicht in der konkreten Situation, wo ein Schüler dann so ein bisschen aufbegehrt so im Kopf sind. Und zum anderen, weil wenn es dann, und das sagt auch die Frau Halitzki, höchstens um so eine Verhaltensnormierung an der Oberfläche geht, aber jetzt nicht irgendwie um eine Haltung, wo dann eine Schülerin oder ein Schüler tatsächlich sich so verhält, weil es irgendwie einen Sinn darin sieht, sondern weil halt die Lehrerin gerade hinguckt und man irgendwie denkt, man muss ja so tun, als würde man lieb sein. Was auch noch gegen Kopfnoten eigentlich spricht, ist, dass die Notenfindung sehr schwierig ist. Und ja, wenn jetzt Lehrer vielleicht mit 100 Schülern zu tun haben in verschiedenen Klassen, dann kann man ja auch nachvollziehen, dass es dann wirklich schwierig ist, in vier verschiedenen Kopfnoten sagen zu können, hier, das ist eine 2, das ist eine 3, das ist eine 1. Mir hat mal ein Abiturient gesagt, dass ihm ein Lehrer nach dem Abitur ganz offen gesagt hat, ich bin froh, wenn ich von jedem meiner 100 Schüler überhaupt noch die Namen weiß. Und das ist natürlich dann auch bitter, zumal sich dann so Kopfnoten auch oft auf Schülerinnen und Schüler offenbar so auswirken, dass sie das dann sich zu eigen machen. Und dann sich auch irgendwann mal, wenn dann halt das in Betragen immer die 3 oder die 4 ist oder ein Fleiß, selber damit abfinden, ja, ich bin halt der Faule, ich kann das halt nicht irgendwie. Und sich da vielleicht auch ein bisschen mit zufrieden geben, beziehungsweise, dass dann auch Lehrer auf die bisherigen Kopfnoten eines Schülers gucken und dann es auch ganz schnell ist, wenn da einer halt mal auf diese 3 geeicht ist, dann kann er sich strecken und rühren, wie er will, dann kriegt er immer diese 3. Und das spricht eigentlich alles gegen Kopfnoten. Das, was die Frau Halitzky sagt, warum es die immer noch gibt, ist tatsächlich, weil es eine Funktion erfüllt für eben den Arbeitsmarkt. Ausbildungsbetriebe gucken da drauf. Aber die sollten dem eigentlich aus den genannten Gründen auch nicht so richtig trauen. Das könnte sich dann oft auch als trügerisch erweisen, dass vielleicht entweder jemand, der da eine Eins stehen hat in Mitarbeit, das eigentlich da nur stehen hat, weil er es halt immer hatte und sich das so eingebürgert hat oder weil er es eben gut vorspielen kann. Kanntest du den Begriff Kopfnoten eigentlich? Ich kannte den in meiner Schulzeit gar nicht und ich finde den total pervers. Ich finde, das hört sich an wie Kopfgeld. Ja, wobei es ehrlich gesagt ja daherkommt. Ich dachte auch immer, dass es am Kopf des Zeugnisses steht und nicht, dass es mit dem Kopf der Schüler zu tun hat. Aber auch da ist es ja eigentlich ein bisschen ungerecht gegenüber den Schülerinnen und Schülern, finde ich, weil die Lehrer und Lehrerinnen ja einfach auch ganz andere Erwartungen haben. Das ist ja auch gut so, sollen ja auch nicht alle gleich sein. Aber letztlich hängt ja dann, also der eine, das hat auch Frau Heilitsky eigentlich so gesagt, der eine möchte vielleicht lieber, also versteht unter guter Mitarbeit, lieber, dass jemand halt zuhört beim Unterricht und sich dann brav meldet, wenn eine Frage gestellt wird. Und andere wollen, andere Lehrerinnen und Lehrer wollen vielleicht tatsächlich lieber so ein kreatives Miteinander, wo auch mal dazwischen geplappert werden darf, wo irgendwie rumgesponnen werden darf. Und dafür gibt es dann eine gute Mitarbeitsnote. Und für den Schülerinnen und Schülern ist vielleicht das eine Kind eher so geeicht und das andere eher so und kriegt dann bei dem einen Lehrer dann irgendwie, dass er immer dazwischen plappert und das ist eine Vier und beim anderen eine Eins. Und das ist ja dann, wenn es dann da so faktisch steht auf dem Zeugnisblatt und der Ausbildungsbetrieb dann so sieht, irgendwie auch ein bisschen gemein für das Kind, dass er vielleicht einfach den falschen Lehrer hatte, aus seiner Sicht. Also zusammenfassend kann man ja sagen, dass es ganz schön viele Probleme gibt. Wir haben das jetzt in dieser Folge ziemlich gut so nachexerziert. Falls ihr übrigens findet, dass wir irgendetwas ausgelassen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast.lvz.de. Ihr könnt uns da auch gerne Lösungsvorschläge schreiben, wenn ja jetzt gerade auch Schülerinnen oder Schüler unter euch sind. Bitte schreibt uns auch gerne. Wir sind sehr interessiert daran, was ihr zu sagen habt. Einmal einerseits kann man zusammenfassend sagen, dass da einfach ein großer Lehrermangel gerade da ist, dass das Schulsystem einfach sehr überholt ist, dass man da eigentlich das mal reformieren könnte, dass das an der Zeit wäre, da ein bisschen kreativere Lösungen zu finden, kreativer mit den Schülerinnen und Schülern umzugehen, sie als Individuum auch wahrzunehmen und nicht als eine Einheit. Und ja, dass man auch Notenvergabe auch irgendwie ein bisschen überdenken sollte. Das ist jetzt so quasi das Zusammenfassende, was ich gerade mitgenommen habe aus dieser Folge. Aber jetzt ist die Frage, wie wird es weitergehen? Hört denn das Kultusministerium solche Anklagen von Schülerinnen und Schülern? Geht das ins Leere? Das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal, ich kann nur das sagen, was passieren müsste, ob das dann passiert oder wie realistisch das ist. Nach dem, was ich jetzt so durch die Gespräche rausbekommen habe, ist erst mal eine Aufstockung des Personals natürlich. Wie realistisch das ist, wissen wir gerade alle, nämlich gar nicht. Also sehr unrealistisch. Dann unbedingt 13 statt 12 Schuljahre. Es gibt ja auch genug Bundesländer, die daraufhin schon geschwenkt sind. Also wenn ich mal meine persönliche Meinung sagen darf, ich finde, es gibt noch ein ganz anderes Problem. Ich finde, es müsste ein Paradigmenwechsel bei uns in Deutschland stattfinden. Warum müssen eigentlich alle Leute Abi machen? Ich finde, das gab es bei uns auch, dass einige Abi gemacht haben und andere haben dann halt eine Ausbildung gemacht, eine Lehre gemacht. Und da hat man wirklich geguckt. Heute ist so der Wert, du bist nur was, wenn du Abi gemacht hast und am besten noch studierst. Also es gibt dazu keine Erhebung, aber ich frage mich, wie viele Leute gibt es, die das Abi gemacht haben, aber eigentlich viel lieber was anderes Kreatives, vielleicht eine Schreinerlehre gemacht hätten, wo dann aber die Eltern sagen würden, nein, du bist so gut in der Schule, das ist ja Perlen vor die Säue und das ist doch schade drum. Mach doch lieber, geh doch studieren. Die wollen das vielleicht aber gar nicht oder merken innerhalb des Studiums, dass sie das nicht wollen. Und dieser Paradigmenwechsel, der fällt uns ja auch auf die Füße, also nicht der Wechsel, sondern das aktuelle Paradigma, dass es überhaupt keine Handwerker mehr gibt zum Beispiel. Und ich glaube, wir müssen da alle radikal umdenken und mal von diesem blöden Muster weg, alle müssen an die Uni, diese Akademisierung. Das ist doch furchtbar. Ich glaube, dass dieser Friday jetzt so als Brücken-Idee oder um mal überhaupt auszuprobieren, was dann passiert oder auch den Lehrerinnen und Lehrern zu zeigen, dass vielleicht was Gutes passiert, hoffentlich, wenn die Schüler und Schülerinnen da mehr initiativ werden dürfen und es nicht nur darum geht, Haken hinter irgendwelche Punkte im Lehrplan zu machen und da aber auch dann ganz viel dabei lernen, was sie dann wiederum vielleicht auch tatsächlich, was sich dann auch oft schneidet mit dem, was im Lehrplan steht, dass das ein hoffnungsvoller Weg ist. Das kann natürlich auch scheitern, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass das jetzt in größerem Maßstab ausprobiert wird. Und wenn man damit gute Erfahrungen macht, dann wird man vielleicht auch mutiger, das jetzt noch mehr zu erweitern und sich noch mehr von den Arbeitsblättern zu lösen, wo dann irgendwie klare, richtige Antworten stehen, die auswendig gelernt werden und wieder gekaut werden müssen. Das gibt so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass da im Kultusministerium jetzt so die großen Verhinderer sitzen. Ich glaube, dass da auch kluge Menschen mit viel mehr pädagogischem Wissen, als ich jetzt als Journalist habe, sitzen. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht altklug irgendwie denen sagen, was sie da zu entwerfen haben. Und wie Marc ja schon sagte, die Konzepte gibt es ja auch dort. Es ist ja einfach, die Schule ist ein wichtiger gesellschaftlicher Raum, auf den aber auch ganz viele Kräfte wirken. Und Lehrer sind sehr unterschiedlich. Da gibt es halt auch irgendwelche alten Knochen, die natürlich aber auch irgendwelche Macht, natürlich auch zu Recht eine gewisse Macht haben und Angst davor, dass dann vielleicht irgendwann mal die Schüler bestimmtes Wissen nicht mehr haben, das zum allgemeinen Wissen gehört oder so, wenn man zu viel jetzt auf Selbstverwirklichung legt oder so. Und da wirken eben ganz viele Kräfte drauf. Und Politiker wollen wiedergewählt werden, die wollen dann das auch nicht. Ich glaube, wenn es ein CDU-Kultusminister sagen würde, hier lass uns jetzt die Noten abschaffen, dann wäre auch die längste Zeit CDU-Kultusminister gewesen. Danke euch, Marc und Matthias. Und danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt alle Texte zum Thema natürlich auf lvz.de nachlesen. Ich verlinke euch alles in den Shownotes, so wie immer. Wenn ihr jetzt noch Feedback oder ein Wunschthema habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.lvz.de. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.